ja hey willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zuletzt play valkyria chronicles wir sind immer noch hier bei frozen müssen diesen verdammten zug hier kaputt hauen und dann ist es hier ist jetzt hier aber das noch ein langer weg und das ding ist mir kaputt machen und wir haben bis jetzt noch nicht so große schwierigkeiten ich habe eine kleine ewig was mache er nennt sie du ist jetzt erst mal wenn du das ding und fährst zurück mit dem ding ist ja die schenker kommen so marina marina nimmt jetzt gleich den zug da positionieren wir jetzt gleich irgendwo da hinten mein gott schnell ist jetzt schnell sie jetzt hier hingekommen ist ja das ding kann es auch noch kaputt machen geil tschuldigung warum hast du da draußen ja können wir gleich auch mitten durch rasen mit welken wo sie noch schaffen ist da eine denn ja alles läuft genau nach plan ja ist mir zu knapp nein nein ja jung und jetzt müssen wir mit welken ihr durchkommen oder blämm, so wie es da steht. So, der Wacki kann jetzt einfach da durchbämmsen, als wäre das nichts. Alles klar, Yosik so. Aus dem Weg, Leute. Entschuldigung, wie auch immer das gerade war. Wendy, Entschuldigung. Es tut mich leid. Ja, leider können wir nicht alle. Welche Meinung haben wir denn alles hier? Scout Elite. Verdammt, den krieg ich nicht da hinten. Da haben wir eine Trooper Elite. Und einen Lancer. Machen wir den erstmal kalt. Auch wenn das jetzt nichts abziehen würde. Abseits, die Dinger kaputt machen. Wow. Auch wenn der gar nichts abgezogen hat. Egal. So, Marina. Du musst jetzt mal das Ding in da. Und fährst jetzt damit irgendwo hin. Ha, jetzt kriegen wir auch euch da hinten auch noch. Läuft gut. Na, er ist perfekt. Oder auch nicht. Verdammt. Scout Elite. Bei dem haben wir drei Schüsse. Ich könnte den abschießen, versuchen abzuschießen. Bei denen wird ja wohl irgendjemand schaffen. Natürlich darf ich auch nicht vergessen, dass Marina nicht so gut im Zielen ist. Habe ich nicht zwei hier. Wenn die. Hat doch gut getan, hier ein Panzer über den Kopf zu bekommen. So, dich kriegen wir nicht klein. Verdammter Mistdreck. Hauptsache, ballern. Warum einen Schuss? Ehrlich. Da müssen die Scouts dran. Ach, das ist schon mal jemand, ne? Was auch immer, was bedeutet. Bis ich nur noch ein bisschen was sie noch mal in englischen Version sagt. Also, englische Sprachausgabe. So. Ha, ich bin unbesiegbar. Haua. Oder auch nicht. Jawoll. Jawoll. Wie dann sagt, rückwässig die Liebe ist, wenn die Gegner es machen. Komm schon, willst du es noch ein schaffen, oder? So. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich brauche keine Reparatur, oder? Wir sind keine Lancer oder so. Wir müssen auch mal weitergehen. Da ist irgendjemand versteckt, habe ich gerade gesehen. Okay. Natürlich. Bist du ein Scout-Delete? Ich bin Scharfschützen. Lanzenwerfer. Lanzenschießer. Lancer. Ich weiß nicht, wie diese Einheiten heißt. Ich glaube, Lancer. Aber das hört sich irgendwie so komisch an. So, du machst den Anak kaputt. Slow starter. Okay. Das glaube ich, was gut ist. Das ist immer so mit goldenen Hintergrund hier, wenn diese Dinge aktiviert werden. Das bedeutet, das ist irgendwie so ein personenabhängiges Ding. Und das bedeutet, keine Ahnung, die schalte man irgendwann automatisch frei, glaube ich. Und da müssen wir hin, genau. Dann kommen wir da hin. Was machen, weiß ich nicht. Machen wir irgendwas anderes. Nehmen wir Claudia. Nehmen wir es was hier. Wir hoffen hier. Reparier mal. Kein Problem. Dann reparieren wir mal das Ding in ihr. Das Ding. So, äh. Das Ding, meine ich. Ihre unbesiegbaren Zange schafft es alles zu reparieren. Oh Gott. lieber irgendwo anders hin irgendwo anders hin danke so ein perfekter plan jetzt marina noch ab und zu treffen würde dann wird alles perfekt sein auch gott und nähe sei ruhig wer hört schon auf dich mein gott oder ist noch jemand elite scout das ist jetzt ein schlechter tag für dich oder ich will nicht oh mein gott wo kommen die in aller ach ja stimmt gibt es ja auch noch flammen wir von sonne kann ich die eigentlich auch einsetzen du kriegst euch eine granate ab das sage ich dir jetzt schon noch nicht der schon wieder nixer los claudia töte den hat da hat da hat 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 dann wieder rein geht der feiger und er hat dies nicht weg ok geil also meine angriffe ziehen nix ab aber wir bekommen es nochmal dran und er hat kein bock mehr was aber ich habe verloren ich habe so einen balken gesehen oder die in einen abschießen die ganze zeit ich habe keine ahnung was hier passiert ja ist gut mein gott gott nein sagt gesicht ja gut so auch nur 1 abgezogen hat so irgendjemand muss claudia holen und sie ist der bombensquad nicht vollständig wenn man ein camp das einlegt ist nicht nicht jetzt nur so ein camp das einnehmen kann verdammt warte mal ich glaube ich weiß ich kann die aufzug jetzt glaube ich aktivieren gleich ja ja genau da ist ein aufzug ist jetzt aktivieren kann dann kann ich ja genau so ja ich muss erst mal retten da ist mir lebt und da war glaube ich auch nie liebt den uns aber sie gehen wir vor ich würde eigentlich mit marina erledigen gott student aufs maul hier und deutsche besorgt ja das lob ich mir ja von sagen aber nicht so aus als würden alle getroffen haben und so unter dem war mein gott hey wir lassen da im hintergrund getroffen hat soll in der misst er nennt sie so gott das stimmt ja auch noch gar nicht gesehen vorhin zum nächsten fug im nächsten part müssen wir eigentlich hier die sonne schaffen wir müssen es mal oh gott hilfe wie kannst du es wagen warum zieht denn da er hat sich geduckt er hat sich geduckt das erklärt natürlich gar nichts mein gott also beschissen positioniert hier machen macht du mal macht den weg frei der zug schießt nicht ab kult mach mal den platz was ist das mag soll der scheiß warum drucken die sich alle und können dann alles überleben da gibt es doch nicht so jetzt geht es zur geballte ladung ein was ist hier auf einmal los warum können sich jetzt auf einmal alle drucken was soll der scheiß ok wegen die fans ab oder wagt er stimmt weil trotzdem das und wer ist gut gehst du weg wer du druckst dich und du belebst den mist da hinten ist noch einer danke nisch gut mach ich denn jetzt kannst du sie können hier auch so weit machen mein gott irgendwie wollen nicht den zug drauf gehen ich hoffe der steht sonst nicht ab wenn er gleich noch links ist alles lief also perfekt gerade vom fahrzeugen die scheiße wenn er ganz hinten abkommeln weil irgendwie bringst du es nicht sagt mein gott jetzt haben wir ein problem mit alicia irgendwie ist sie unter dauergefahr das ding muss ich auch noch aktivieren das ding muss ich auch noch nicht abkommeln das ding muss ich auch noch nicht abkommeln wenn es einer von da kommt bin ich tot mein gott mein herz band mit leidenschaft was macht er jetzt wir haben hier wir dominieren ja eindeutig oh gott reicht es nicht wenn ihr irgendwie hier so ein bereicher abschießt war es auf damit und hat euch nennt sie dann getan wenn ich gut da kommen leute aber trotzdem wirklich jetzt mal links verdammt zu weiter zwei die weg warum warum tut sie sich alle irgendwie mit funk oder so mitteilen hier tut auf die eine mit dem barett zielen oder was was ist das denn oh god nein oh god nein geht weg so geht nur keiner auf lisha los ja die kommt jetzt nicht mehr raus danke ich hoffe jetzt trifft mich das ding nicht mehr wenn es jetzt links ist ja du bist du brauch mich zu provozieren du mag es nicht wenn es nicht nach plan läuft so wenn es doch irgendwer ging da aktiviert wer dann das noch toller die schon ist jetzt wieder ein paar peter zu bekommen haben ja rosie ja da war ich nicht wohl die immer herkommt ich habe es immer ohne probleme durch zu so komisch aus so nein da schießt man so weshalb hinter der ja noch ich werde ja hoffentlich nur mit alicia klein kriegen so leck mich doch nichts läuft nach plan was soll hat denn ist mit einem scout vor schicken damit die ganzen verstärkungs drucken ja los bin aber warte mal wofür mich das ding mal ein das war nicht so eine gute idee aber was soll's oh mein gott und hat noch nichts der ist so und da ist ein scharfschütze auf karte habe ich gerade gesehen so eddie du kannst mal nach vorne gehen genau aber nach welchen schutz und ja genau du kannst ja den typen erlegen die boffolien klöten so dich bei witzig eddie so haben wir auch schon wieder ein bisschen geräumt vielleicht mit welchen schon mal hoch gehen aber ich hoffe da wartet jetzt niemand mehr scharfschütze das ist nicht gut da ist die bocke das ist gut erreichen wir die aber wie katsching und ich weiß da oh oh gott ich bin steuerkort auch bewegen denn was mache ich jetzt hier mit denen ich könnte mit dingen steigen gehen mit rosie es wird mir erst bringen ich sag's euch ist egal wir gehen trotzdem ein woher bringt es auch voll taisy the beast ja natürlich ja na klar ich hab bloß gesagt du mir entkommst warte mal ich hab ne idee so dann kann ich gleich meine dinge zeigen schicken und verdammt egal ein perfekter plan ich hoffe jetzt natürlich er kommt jetzt nicht da raus und nehme meine basis ein halt wäre unschön so wir gehen jetzt mal mit der eselweiß schon mal da oben hin den 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 hm pfff ha 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 schön oh gott war knapp das war was jetzt gehe ich nochmal zurück hallo ich stelle mich doch nicht ins kreuzfeuer irgendwie bin ich jetzt umgedreht egal so was macht der gegner noch und danach macht man wieder pause er macht gar nichts das ist gut also hat heißt gleich haben die truppen voll fehler kommandopunkte allgarten sind alle frischen auch ungefähr wenn die brücke kaputt gemacht die kriegen keine verstärkungen der sniper das auch weg ich hoffe ich habe seine waffen bekommen obwohl ich nicht aufgesammelt habe ein perfekter plan zack und wir kriegen zwei verstärkungen wieder mohaha aber er schießt dahin wo überhaupt gar keiner ist außer marina und wir sehen uns in der nächsten folge von let's play valkyrie chronicles wenn wir dann diesen zug hier auseinander nehmen was wir auf jeden fall schaffen ich bedanke mich herzlich fürs zuschauen und sage tschüss tschüss